Unsere Hand- und Fußcreme ist ein Two-in-One Produkt, wie der Name schon sagt. Sie ist gleichermaßen für die Hände als auch für die Füße geeignet, bestens geeignet, denn der Fußrücken entspricht dem Handrücken und die Fußsohle entspricht der Handinnenfläche. Die Stoffe, die hier zum Einsatz kommen, die kaltgepressten Bioöle, wie das Hanföl und das Avocadoöl als auch Lanolin, machen ihre Hände super geschmeidig. Sie ist so oft anwendbar, wie sie sie wünschen und mögen. Die Besonderheit ist, dass sie so konzipiert ist, dass sie sie so oft, wie sie mögen, verwenden können. Sie nehmen eine entsprechende Menge, cremen ihre Hände und ihre Füße damit ein und sie zieht innerhalb weniger Minuten komplett rückstandslos ein. Das heißt, sie haben kein klebriges Gefühl auf den Händen. Sie können jedes Glas Wasser wieder anfassen, ohne sich da zu verewigen. Und alle Nährstoffe, die in dieser Creme vorhanden sind, sind auch dann eben in ihrer Haut. Sie können zwar code climbed her, nicht so oft, nachdem sie aber nicht erinnert werden, weil sie für das alte Aussage sind, sie sind so vorhanden. war klar, was sie sich eigenständig einfach nicht instershundlich ist. So war es nicht es. Unsere Willenlighissige